Hey, 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 so sind wir hier. Das ist der böse Mann. Sandman. Und das hier ist Benni. Weil das Ding da viel gruseliger aussieht. Wie? So, ähm. Herr Doktor, Herr Doktor, wir haben eine Operation. Einen Knopf für Sie und eine Flosse, meine hier. Der Herd ist ein Maul und wir kommen immer noch nicht dran. Wo kriege ich jetzt den letzten Rist her? Hier ist nur noch der Zettel. Okay. Was für eine glückliche Familie. Herr Doktor ist nicht nur eine gute Musikerin, sie kann auch noch fantastisch das Zeichen. Ja. Sehe ich auch so. Sehr schön. Aber mir fällt heute so durch die Zähne von einem Hai. Den Fähenschlüssel, wo hatte ich das denn eben schon mal gesehen? Ach so, wo draußen an der anderen Tür war. Aber wo kann ich jetzt die Heizähne her? Heizähnchen, Heizähnchen. Huch, hier wollte ich gar nicht hin. Hier kann ich auch... Ah doch, hier bin ich. Hier kann ich nichts mehr machen. Aber hier fällt doch immer noch ein Glubschi. Ich seh den nicht. Ach, da. Haha. Wo kann ich denn jetzt die Zähne hin? Das ist eigentlich auch hier in die Moment theoretisch. Da ist auch nur der Brief drin. Ich ziehe sonst noch keinen Hinweis mehr. Ich gucke mir mal einen Hinweis. Ach, da. Ach Gott. Das wird ja voll übersehen. Genau. Ich würde es schenken können. Und bitte ein Wetzel. Ach, geil. Einen Teil von uns rum. Auch hier steht alles in voller Blüte. Und das ist meine Belohnung. Der Traumfänger. Na ja, damit. Und hier ist auch noch ein Teil. Wo könnte das hinkommen? Wo kommst du hin, mein Teil? Wo kommst du hin? Ich glaube, diese Hand fordert etwas. Ehh, das ist alles gelte Händchen. Gabbel, gabbel, gabbel. Gabbel, gabbel, gabbel. Okay, wir haben einen Fegenschlüssel. Das heißt, wir können hier rein. Hey, Tim, you'll never catch me. I won't catch you? Ha. What a wonderful clearing. It's so sweet. I think I should improve this dream a little bit. Tim, Tim, I'll help you now. Boah, das kann der Sandmann noch nicht bringen. Die haben Kinder haben doch nur gespielt. Okay, ähm. Das ist das Wichtigste. Kinder können ruhig da noch ein bisschen hinkbleiben und zwar wuscheln. Okay. Yeah, 50 Beobachter gefunden. Ich muss mir schnell etwas einfallen lassen, solange Tim noch am Leben ist. Ja. What? Sag mir was. Nee, dieser Blut schließt die Kiefer immer mal vor euch auf ihr nehmen können. So, da ist noch ein Lutschig. Okay, die Fleischkastende Pflanzen will uns nicht dran lassen. Was machen wir jetzt? Scheinbar wurde Laura mit diesem Pilz vergiftet. Das ist bewusstlos. Oh je, wir müssen uns beeilen. Was haben wir hier noch? Benny! Wenn denn im Wurzeln verdurbt, ist ich mein Eintal bekämter. Wenn ich mich richtig erinnere, heißt der Benny. Aber was stimmt mit ihm nicht? Oh, wir müssen erstmal ein Stück weiter. Oh, Glubschis. Glubschi, Glubschi. Glubschi. Entschuldigung, ich mache diese Glubschis einfach nicht so sehr. Ih, eine Spinne. Na da. Ein Clown-Tile. Ach du Jemi. Ich wünschte, ich wäre kleiner, dann könnte ich duschen. Warum stinkst du? Äh, wie eklig. Das hätte ich auf keinen Fall anfassen. Ah, ich hätte auch noch eine Pussy. Eih, 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 eih. Ich wünschte, ich wäre alles kleiner, dann könnte ich duschen. Okay. Das ist ein gruseliger Vogel, hallo. Das ist... Du Eule. Achi. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Ein Stock. Oh, mit dem Stock könnten wir. Hoffe ich. Hier, hier, hier. Sehr schön. Ein Steinschleuder. Wo bin ich jetzt hier? Nein, aber mit der Schleuder kann ich bestimmt den Vogel vertreiben. Yeah. Tut mir leid. Scheiße, Tierquäler. Was ist das denn? Eine Feder. Uuuh, das sind Termiten. Ich stelle eine groß. Okay, wir müssen den Baum von Termiten befreien. Save, Laura. Möe Rufe. ist dangerous. We have little time. Bring Laura the flower from the tree of life. May the spirits of the forest help you. Okay. Schön und gut, aber... Woher soll ich die leben? Ich kann meine Haken. Was sollen wir denn da? Jetzt bekommen wir meine Forken. Ich kann ja auch nichts machen. Okay, wir gehen jetzt mal mit dem Clown-Teil ganz zurück. Ich krieg noch nichts zurück. Ich kann mich zurück... Was soll ich denn bitte machen? Wasser im Hutschli holen. Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Korken wird die Termiten ja wohl kaum vertreiben. Achso, ich kann nicht... Achso! Oh! Ich muss mir überlegen, wie ich den Baum heilen kann. Mit einem Korken. Nicht. Okay. Dann halt nicht mit einem Korken. Sei halt nicht so pingelig. Hier. Was soll ich denn machen? Das sind die Geister des Waldes. Ob wie sammle ich die ein? Indem ich Termiten loslasse? Nein. In der Lupe? Nein. Ich brauch ne Flasche oder sowas zu retten. Ich hab aber keine Flasche. Ach, ich könnte... Mal versuchen. Ach. Ja. Wunderbar. Ach. Ein schlafender Bini. Ein Korken. In die Flasche. Keine Wins. Sehr unsinnig, aber... Gut. Das ist nicht ganz richtig. Was denn dann? Ah! Abwachen! Entschuldigung. Ach, das schmeckt dir vielleicht. So, jetzt muss ich die Geister des Waldes zum Bomben des Lebens bringen. Ja. In der Flasche. Bitte. Oder wie ist das jetzt gedacht? Ja, die Geister in die Flasche treiben sie da. Die Flasche. Ah! Ach. Die Geister des Waldes fliehen vor deinem Corsor und halbe sie in die Flasche. Nein, herzlichen Glückwunsch. Du. 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 Schöne Ränder. Und ihr auch. Nein, nein, nein. So. So. Ja. Das ist gut. Du kommst von da. Zack. Du kommst auch mal runter. Rund, habe ich gesagt. So. Du kommst mit. Und du auch. Halt. 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 Etwas hoch. Und. Nein. 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 Gehst du. So ist das brav. Jetzt du doch. Halt mal diese störrischen Geister. So ernsthaft. Wunderbar. Hier mein Baum. Nimm. 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 Ich fühle mich jetzt viel besser. Tim will take care of me, won't you, Tim? Sure, hold on! Und hohe Berge bis hin. Nice! Yay! Was haben wir hier? Einen Apfel! Und noch ein Stück Trinken. Super! So können wir wieder ein bisschen zusammenpuzzeln. Was haben wir hier? Zack! War das jetzt nur ein Teil? Nee, hier ist es gut. Zack. Wir haben es jetzt geschafft. Das ist total gut. Was haben wir gerade? Ich habe mit tibetischen Mönchen gesprochen und bin bis an den Meeresgrund getaucht. Ich bin in der Vergangenheit und in der Zukunft gewesen. Die schönsten Dinge von dort habe ich in meinen Traumland genommen. Übrigens erinnere ich mich an einen Traum ganz besonders liebhaft. Dort habe ich ein wundervolles Wesen getroffen. Es kam auf mich zu und stellte sich vor. Sein Name ist sehr lang und nicht nur kompliziert auszusprechen, sondern auch zu schreiben. Und deshalb nenne ich ihn Benni. Irgendwie fand ich, dass dieser Name gut so passt. Benni kann nicht sprechen, aber wir verstehen einander wie die besten Freunde. Okay. Das ist gut zu wissen. Benni, nein. Du bist unser Freund. Ja. Ja.